Minus 120 Punkte bekommen Obwohl ich 15 zu 5 hatte Weiß ich hatte 15 Kills Und wir waren 4 gegen 5 und kriegen einfach Und ich krieg einfach 120 Minuspunkte Ich hasse das mal klar Kavere verquartsen Das geht gar nicht klar Versteck mich jetzt hier oben Oben wird gedroht Am Dropper Cool, ich glaub die hat mich nicht gesehen Die Drohne Hoffe ich Achter die Drohne Die hat mich eigentlich direkt angeschaut Wenn er mich jetzt gesehen hat Bin ich sowas von traurig Achtung Ash ist oben drin Jetzt zerlegen sie uns hier die Hütte Wo ist die Ash? Eines geinjured oben am Dropper Einer muss mal hochgehen Hier auf ping Nein! Doch! Egal ich hab Ted Chow noch angehltet Der ist auch da bei der Luke direkt Der rüber ging War markiert auch nicht superbad ey Mann ey Was soll das denn? Das war der Move war richtig superbad ey Muss ich ja schon sagen Einer muss den Dropper oben aber saven Zehn Sekunden übrig Fünf Sekunden übrig Der sich den Kill geklaut hat ey Weißt du? Ne er wollte klauen Es war meiner Nicht deiner Warum ist dir das so wichtig? Ich hab den down geschossen Ich kann nichts dafür Ich wollte mir den klauen Du machst das extra Ich hab den nicht gesichert 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 Wer? Ja Der Dock hier wieder Der nur abend lang Kills kommt Es ist so lak Es ist so lak Es ist so lak Ja ich weiß Ah mein Gott Oben das Fenster Die Tür ist offen Die Tür ist offen Ich will keinen Ich weiß gleich Der ist der Charter Der ist der Charter Der ist der Bank Der ist der Weg Der ist damals genau da Ja das war der Scheiß Ah der unvorsichtig Ach Bei dem müssen wir was machen Wir haben noch 52 Äh hier Kann ich mich noch schnell holen Oder du? Der lässt mich holen Nein da ist der Der ist gleich Höh Höh Fünf Sekunden Hinten kommt Hinten kommt Hinten kommt Hinten kommt Oh fuck Hab nicht drauf geachtet Ich dachte ich hatte noch zwei oder drei Na egal Schade Der Antityp da hinten Flieg Seitdem bisher Ist ja nicht so schlimm Hauptsache Alessio gehts gut Ja Hauptsache Alessio sorgt dafür dass wir die Runde gewinnen Hauptsache Juri spielt mal gut und wir sucken voll Na gut, voll, übertrieben Okay, wow Wo? Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal Patsen, patsen, patsen Ich hab zwei Camps für den Bandit vorne hingeschmissen Geh da weg, wo du bist Oh Gott Der eine seilt nur Schau mal, ist da und Warte Warte, noch ist keiner da Nein, da, Hiba, Dingens, da, Marley Na, fuck Ja, fünf HP schon wieder Äh, bei dir geht die Warnerladung, genau Wie denn das bitte, Junge Ach komm Pfff, nur ein einziges Nachrichten Der letzte hat die Campt, was nicht erschwert glaube ich Ja, äh, die Campt Da bleibt er einfach tätig So viel dazu Weiß, jetzt hab ich verkackt und jetzt, äh, rasiert ihr wieder Was hat das, wasバt sein Von dlerint k kickt, hattest du Dogger ireset Ja, ich glaub schon, äh, äh, mit einer noch Oben können sie ja nochmal sein, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein Service Weitere drei Ich will sich verpasten den Namen des Steckns Link visibilisiert Links rum! Links, 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 links! Doch, weiter links! Nein! Man! Einfacher geht's nicht! Aber der Jäger auch der absoluter Luck-Shot-Headshot, Alter, das ist so frech, ne? Schützt den Bio-Gefahrgut-Behälter um jeden Preis. Noch eine Drohne. Achtung! Oh, hier ist einer drin. Schlachter, schlechter. Wir müssen dann parken. Ist hinten bei der Treppe. Hier war auch einer. Gibt's noch einer? Ja! Kommt einfach rein, gleich ran, Alter! Nee! Nein! Äh, Yibana war die letzte, die ist bei der Lobby unten. Sie rennt wieder unten zur anderen Treppe da. Ah, die hat sich reingeseilt bei dem Großraum, bei diesem Büro. Draußen wieder an der Wand. Die ist hier links. Die Wand ist offen. Die liegt hinter dem Schreibtisch genau vor mir. Oh! 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 Also passt auf, die haben diese komische Drohne von dem Typen da. Ah! Yukai! Super bläht! Guck mal, oben steigt die Dinger drum. Ah, was macht die da? 10 Sekunden bis Einsatz. Ja, guck mal, wo ist die Drohne? Hier! Ja, wo ist die Drohne? Oh nein! Wir müssen auf jeden Fall über oben gehen. Über die Drohne dann auch. Auf Markierung. Versuch da meine Cam-Dom. Nimm mal. Einer ist rausgegangen aus dem Raum gerade, der Jäger. Hier unten. Meine Cam ist down, Jungs. Sie war aber auf Markierung. Okay, hab sie. Schön. Ey, Buck, äh, Dings, ihr Ding, da, äh, Doc. Ich möte mich mal kurz. Äh, gib mir mal hinten Backup, hier. Gib mir mal hier hinten Backup, bitte. Ey, mal da lang ab. Fuse. Hier. Ja. Hier oben ist aber clear, ne? Chill. Die läuft hier rum. Die können sich die Ruhe schlechter sein. Ja, ich hab's gesehen. Ja, schön. Eins, neiste Sache, nix. Schön, schön. Einfahrern geht's nicht. Ja, da kommt doch ganz gut voran, ne? Jo. Na, guck mal, jetzt hab ich auch ein paar Kills gemacht. Hat Spaß gemacht. Na, okay. Hau ihn rein.